Hier habe ich diesmal von Hot Wheels ein 63er Chevy 2. Was steht da noch? HW Flames. 9 von 10. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde den einfach mal auspacken, weil erst einfach die Autos, die müssen bei mir in den Schrank. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann packe ich es einfach mal aus vor der Kamera. Ihr könnt euch die mal angucken hier. So sieht das gutes Stück aus. Ich habe noch eine ganze Menge andere Modelle, wie man hier sieht. Da habe ich noch ein paar. Die habe ich auch schon alle ausgepackt. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.